Herzlich Willkommen zurück zu Creativerse mit Aresu. Ich bin Aresu und wir werden heute wieder ein bisschen graben müssen. Wir haben hier die Obsidian Mining Cell und gehen direkt runter in die Mine. Da unten haben wir sie. Ich muss irgendwann mal dem nächsten Schild wieder herstellen dafür. So. Und hier muss ich mal gucken. Moment, wir gucken direkt mal. Stairs? Nee. Moment mal. Warum gucke ich nach Stairs, wenn wir die ganze Zeit... Tolle Betonung. Wenn wir die ganze Zeit doch Stufen herstellen, kann ich dafür doch direkt benutzen. Nicht unbedingt die aus Obsidian. Ich habe ja direkt die hier. So. Ja, klar. Ja, so kann ich direkt hochlaufen. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Ich meine, okay, ich habe jetzt erst angefangen, mir drüber Gedanken zu machen, ob ich vielleicht eine Treppe brauche. Aber trotzdem. Da ist nichts. Schade. Okay, wir brauchen dort eine Stufe. Und wir brauchen da eine Stufe. Und wir brauchen da eine Stufe. Moment, hier bräuchten wir... Nein, hier bräuchten wir einen Stein. So. Moment. Ich habe es doch auch nicht hin. Hier bräuchten wir einen Stein. Hier brauchen wir einen Stein und eine Stufe. Ach Gottchen. Nein, hier brauchen wir wieder einen Stein. Und hier bräuchten wir eine Stufe. Hier brauchen wir einen Stein. Ja, jetzt muss ich das die ganze Zeit erstmal korrigieren, was ich schon vorher hatte. Und jetzt graben wir uns einfach hier nochmal runter und korrigieren es direkt während wir runtergehen. Das runtergraben ist sowieso etwas, das man ja mal machen muss. Immer mal wieder. Also je mehr wir runtergraben, desto mehr finden wir eben auch. In der Theorie. Zumindest haben... Also wir haben... Je mehr wir runtergraben, natürlich... ...mehr Chancen, was zu finden. Heißt natürlich nicht, dass wir wirklich mehr finden. Das war falsch. Das war auch falsch. Rein theoretisch... ...können wir es anders machen. Moment mal, wir machen es ein bisschen... ...weniger kompliziert. Hier haben wir jetzt einen Stein. Hier muss eine Slap hin. Das heißt, hier können wir runtergraben. Moment, was wollte ich? Hier kommt ein Slap hin. Hier haben wir den Stein frei. Hier kommt ein Slap hin. Hier haben wir dann wieder den Stein frei. Beim nächsten kommt ein Slap hin. Was tue ich hier? Ich hatte irgendeinen Plan. Oh Gott. Ja, ich habe mich irgendwie gerade wieder selbst irritiert. Aber an sich wäre es wahrscheinlich genial gewesen, hätte es geklappt. Ahem. Gut, hier kommt ein Slap hin. Ich kann auch hier einfach weiter runtergraben. Und dann hier das Ganze nachträglich einbauen. In einem Rutsch. Das ist wahrscheinlich besser. Schön weiter runter einfach. Ich setze dann in der Toolbar direkt den Stein neben die Steinsstufe. Und dann geht das auch relativ schnell. Hoffe ich. Und dann kann ich hier eben auch hoch und runter rennen ohne Probleme. Wie weit denn noch? Ach Gott. Aber zumindest kommen wir wieder ins helle Gebiet. Durch die Fackel. So, wir setzen jetzt mal die Stein, die Steine hier hin. Jetzt fangen wir hier schon mal an mit dem Korrigieren. Ich glaube nämlich, ich habe die Treppen falsch gesetzt. Ich kann es doch ganz einfach machen. Moment. Wir haben immer zwei Steine auf der gleichen Ebene. Und auf einen wird die Slap gesetzt. Zack. Zwei auf der gleichen Ebene. Zwei auf der gleichen Ebene. Zwei auf der gleichen Ebene. Zack, zack. Zack, zack. Und jetzt können wir hier getrost weiter runter graben. Und dann einfach nur noch auf jeder zweiten Stufe eben die Stufe einsetzen. Ja. Also auf jeden zweiten Stein die Stufe einsetzen. So, da haben wir... Wir haben keinen Extraktor mehr. Wo haben wir denn... Da haben wir. Dürfte erst mal reichen. Ich stehe auf der Fackel. Das heißt, ich sollte mal ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht verbrenne. Aber so schmecke ich das ja nicht. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Sehr schön. Inneren kann ich das hier ja mal ein bisschen weiträumiger abbauen, glaube ich. Normalerweise würde ich eher in Linien hier abbauen und dann nachkrieg ich das machen. Aber so regelmäßig will ich das jetzt hier gar nicht machen. So. Nächste Stufe. Und nächste Stufe. Oh, was haben wir hier? Pole. Zack. Und eins, zwei. Nächste Stufe. Die Slotmaschinen nebenan. Und da muss ich was einsetzen. Hoppala. Zack. Und jetzt muss ich ihn mal runter, um das zu korrigieren. Eins, zwei. Hier machen wir oben den Weg noch frei. Zack. Wunderbar. Und hier die nächsten zwei. Eins, zwei. Und hier müssen wir jetzt die Biegung einbauen. Und ich hoffe, ich habe nicht schon wieder einen ganz, ganz dämlichen Denkfehler drin. Das wäre jetzt auch unschön. Zack. Sieht gut aus. Zack. Sieht gut aus. Zack. Sieht gut aus. Ja, ich muss hier auf jeden Fall noch die Decke korrigieren. Hier kommt schön weg, ihr Steine. Sehr gut. Alles nur Vorbereitung. Damit ich irgendwann in ferner Zukunft Eisen haben kann. Also tatsächlich Eisen suchen kann. Oh, Kohle. Zack. Ist das irgendwas? Oh, so nur Limestone. Sehr gut. Hier können wir jetzt wieder ein paar Stufen setzen ohne Probleme. So. Geht doch. Nach den ewigen, ganz, ganz dämlichen Denkfedern klappt das jetzt endlich. So. 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 Was haben wir da? Achso, Limestone. Ich dachte, ich hätte ihm irgendwas gehört. Ich habe mich aber vielleicht geirrt. So. Wo geht es jetzt hier hin? Achso. Zum Ende der Welt. Hier packen wir jetzt... unsere Wendung rein. Das hier ist jetzt eine Wendetreppe. Zack. Hier geht es dann wieder richtig runter. Zack. Und... Oh. Oh. Das war nicht wie... Das lief nicht wie geplant. Das lief nicht wie geplant. Toll. Echt? Hoch. So. Okay. Ganz vorsichtig. Das hier ist eine Slap. Das hier ist ein Stein. Da kommt hier wieder ein Stein hin. Und hier kann ich mich dann eben wieder nochmal runtergraben. Sehr schön. Natürlich wäre eine Facke nicht schlecht. Also Facke habe ich sogar hier darüber noch. Oh. Hey. Stone Slap. Stein. Stone Slap. Da. Und dort. Jetzt kann ich, wenn ich hier runtergrabe, einfach immer die Stufe direkt setzen. Jetzt muss ich ja nichts mehr korrigieren. Ich glaube, ich hätte schon wieder was gehört. Ich habe da so ein bisschen Paranoia aus Terraria mit reingebracht, weil es da diese Würmer gibt, die sich durch den Stein fressen. Und einen angreifen. Die sind anfangs lästig. Später nicht mehr. Hoppala. Äh, Storm Slap. Da. Storm Slap. Stalaktiten-Ebene. Yay. Hier waren wir doch schon mal. Oh, zack. Oh, hell. Viel zu hell. Immer noch kein Eisen gefunden. Oder eine Höhle. Ähm, was wollte ich? Ach so, ja, ich wollte dort eine Stufe hinsetzen. Nicht dort. Hier. Wunderbar. Ich denke, hier könnten wir erstmal eine Pause einlegen, was das Treppenbauen angeht. Und auf der Ebene rum suchen. Irgendwas wird sich hier schon finden. Ich muss nur aufpassen, dass, wenn ich hier rumgrabe, ich die Treppe nicht kaputt mache. Wenn ich hier wieder ankomme. Weil sonst kann ich nicht nach oben und das wäre doof. Da wäre es ganz gut, wenn man eine Abgrenzung dann hätte, damit ich das immer wieder erkenne. Zum Beispiel aus roten Holzwänden, die ich ja jetzt so kürzlich gefunden habe. Allerdings wäre das auch massiver Aufwand, wieder hier das auszukleiden. Hallo? Ist hier irgendwo ein Hohlraum? Äh, ich wünschte, ich hätte Dynamit bei. Peter, ist Dynamit doch gleich? Oh, erstmal. Die ganzen Gegenstände hier erforschen. Trockhörner bräuchte ich. Das heißt, ich muss mir demnächst mal ein Trock zähmen. Wenn ich wieder... Äh... Dingsda, wie heißt das doch? Aber, ähm... Stungranaten, dann kann ich sowas wieder machen. Ob sie die Anzelle ist kaputt. Das ist aber schade. Also, nicht kaputt, sondern beschädigt. Kaputt klingt so endgültig. Obwohl es das ja auch noch überhaupt nicht ist. Nichts zu finden hier unten. Oh, was haben wir da? Achso, Salzstein. Toll. Ganz toll. Was soll ich denn mit Salzstein? Und Steine gibt es hier auch noch. Wir sind offenbar an... Ja, wirklich nur an der Spitze der Stalaktitenebene. Moment mal kurz. Ja, hier sind wir schon wieder in der Fossilebene. Wir gehen mal wieder nach oben. Moment. Wir nehmen noch schnell die Kohle mit. Ach, da unten ist noch mehr Kohle. Moment. Können wir direkt mal nachgucken, ob wir noch mehr haben? Haben wir tatsächlich. Und dahinter noch mehr Fragezeichen? Nee. Dann zack. Hier haben wir auf jeden Fall dahinter noch ein bisschen was. Oh, noch mehr. Okay. Also, ich muss oben mal wieder für ein paar Lampen sorgen, die ich mitnehmen kann. Und dann kann ich hier auch wieder runter. Okay. Kohle und... Oh. Nein. Nein. Was ist das? Oh cool. Eine Brechstange. Benutzt, um Kreaturen und Spieler zu bekommen. Bekämpfen. Toll. Ja. Generell. Einige Spezialwaffen. Cool. Ich habe das Diamant... Äh, das Lumid-Schwert freigeschaltet, aber noch nicht das Diamant-Schwert. Schön. Ja. Aber erstmal brauche ich sowieso das Eisenschwert. Dazu brauche ich einen steteren Zuwachs an Eisen. So. Zack. Ist das schon fertig? Noch nicht ganz. Und ich habe da keine Lust zu warten. Auf das bisschen Kohle. Äh. So. Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob unsere Tierchen was geben möchten. Wie geht's dir? Oh. Du willst erstmal was essen. Ja klar. Stimmt. Du hast mir ja kürzlich fast gegeben. Ah. Moment mal kurz. Wir legen mal die Obsidian-Meaning-Zelle ab. Wir wollen ja nichts verschwenden. Und was gibt's mir? Hallo. Obsidian-Erz. Ist das dein Ernst? Okay. Ich habe den Kuchen wahrscheinlich nicht getroffen. Aber. Doch. Das ist der richtige Kuchen. Hier guckt. Das ist der gleiche. Oh. Moment mal. Ich habe den Melon-Teil gegeben. Daran könnte es liegen. Ja, ja. So. Wie sieht es bei dir aus? Was gibst du mir? Dir habe ich auf jeden Fall das richtige gegeben. Also. Dürftest du nicht meckern. Harkstons. Okay. Das ist in Ordnung. Schön waschen. Moment mal. Mach mal den Mund auf. Wie ist es gerade aufgefallen? Ich glaube die Zunge bei denen ist total dreckig, wenn man sie waschen muss. So. Geh per. Geh per. Geh per. Was? Hab ich jetzt was bekommen? Achso. Ist abgebrochen worden aus irgendeinem Grund. Arktons und Pilze. Yay. Na gut. Immerhin. Die Arktons sind ja das Wichtige. Okay. Okay. Und. Dir habe ich gerade erst Essen gegeben. Okay. Du willst jetzt ja deinen Kuchen haben. Hier hast du deinen Kuchen. Bei dir dauert es noch ein bisschen nämlich an. Na. Na. Ja. Dauert noch. Oh. Und du hast was für mich? Gib mal her. Na los. Ein bisschen schneller. Na los. Chisert Egg. So. Ja. Ich glaube ich durfte nämlich direkt sein Lieblingsessen geben. Weil er mir sonst nicht das Chisert Gizzard gegeben hat. Deswegen kriegst du jetzt äh. Was kriegst du? Ja. Einen Pilz. Oh. Verdammt. Ja. Da ist mir gerade noch aufgefallen. Moment mal. Gucken wir mal welche hier haben. Zack. Bitte. Boah. Sock haben wir hier auch irgendwo. Und hab. Nimmst du ein normales Sandwich? Ach so. Die Sandwichen haben wir ja für. Bestimmte Leute hier. Die wollen wir nicht einfach verkaufen. Ich hab gerade an den Kuchen gedacht. So. Was wollen wir machen? Jetzt gerade. Ja da können wir jetzt nur warten. Ach so. Ich wollte mich um Beleuchtung kümmern. Jetzt mal schauen wir. Ach. Müssen wir gar nicht. Wir können einfach die Beleuchtung mitnehmen. Die wir schon haben. So. Zack. Zack. Und. Wir gucken mal. Äh. Ich will sicherheitshalber doch lieber schon mal. Eine weitere Mining Cell craften. Wo liegen die jetzt schon wieder rum? Und da Minzeug. Das ist auch irgendwie logisch. Äh. Stone Slaps. Ja. Okay. Stellen wir uns mal wieder ein paar neue her. Erstmal nehmen wir das. Dann stellen wir hier raus. Stor Slaps her. Dann nehmen wir das. Dann stellen wir auch daraus auch die Gern Slaps her. Dann nehmen wir das. Und das. So. Hier können wir noch die Barre reinlegen. So. Schießpulver kann hier in die Sprengstoffkiste rein. Kohle nicht unbedingt. So. Hier nochmal das ganze Steinzeug in die Steinkiste. Die Pilze in die Pflanzenkiste. Die Eier packen wir hier rein. Ähm. Da. So. Sonst irgendwas? Oh. Hier noch mehr Eier. Und noch mehr Pilze. Die. Und ein paar. Eiß so. Okay. Das hier ist Gelee. Der kommt direkt aus den Tieren. Das ist in Ordnung. Das darf da sein. Zack. Zack. Da hat irgendjemand beim Einordnen nicht aufgepasst. Und. Hier haben wir nochmal Bettrockenhaufen. Gut. Zack. Ein paar Stormslaps mitgenommen. Zack. Ein paar Obsidianslaps mitgenommen. Und. Wo haben wir sie? Die packe ich auch mal in die Favoriten. Achso. Ein paar normale Obsidianbarren brauche ich. Gut zu wissen. Ähm. Erstmal Steuerung und Linksklick. Nein. Und. Shift und Linksklick. Nein. Shift und Rechtsklick. Ja. Ja. 5. Sehr gut. Was wollte ich doch gleich. Achso. Ja. Ich wollte craften. Braucht Bettrock und Obsidian. Ja. Okay. Obsidian nehmen wir mal direkt mit. Steuerung und Rechtsklick. 2. Die Treppe nehmen. Nein. Wir nehmen das lieber hier raus. So. Wunderbar. Und. Wir brauchen mehr. Dann nehmen wir mehr. So. Jetzt haben wir unsere Satzmeinigsel bei. Sehr schön. Ich glaube ich habe hier schon wieder irgendwas gehört. Irgendwas Tropfen. Ja ich höre es definitiv Tropfen. Das heißt hier muss irgendwo eine Höhle sein oder? Höhle. Wo bist du? Ich höre dich tropfen. Können wir nämlich eine Höhle finden. Ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering. Dass wir da auch Eisen finden. Hallo. Also hier suche ich jetzt gerade einfach nur ebenerdig rum. Hard-Lowing Mushrooms. Die sind glaube ich öfter in Höhlen als so direkt eingearbeitet oder? Hallo. Äh Schimmel. Ist ja ekelhaft. Aber sollte eigentlich auch nur in der Nähe von Höhlen sein. Weil direkt in der Steinschicht. Ist ja nicht genug Sauerstoff dafür. Und es tropft weiter. Irgendwo. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir kein Labyrinth hier erschaffe, sondern halbwegs gradlinig grabe. Sonst finde ich den Weg raus nicht mehr. Ich meine klar, im Notfall kann ich mich raus teleportieren. Aber ich will nicht. Weil ich dann den Weg ja auch wieder hin nicht finde. Das wäre ja auch unwitzig. Und Licht bitte. Danke. Zeig dich, du Höhle. Okay, das Pläscher hat aufgehört. Hier ist es. Also hier kann man es wieder hören. Da haben wir auch noch weitere Long Mushrooms. Moment, wir graben einfach hier noch zur Seite. So. Und kaputt. Äh, zack. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Oh, Eisen! Wir haben tatsächlich nicht gefunden, weswegen wir hier sind. Wobei mir gerade einfällt, für das Eisen nehmen wir natürlich nicht die Advanced Extractors, sondern... Rein theoretisch... So, da. Oh, verdammt. Die brauchen direkt Eisen. Okay, aber das dürfte sich ja lohnen. So, wir gehen kurz nach oben. Tap, 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 tap. Und tap, 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 tap. Moment. Da, nehmen wir noch schnell mit. Und tap, 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 tap. So, wunderbar. Und tap, tap, tap. Moment. So. Und so. Weiter, 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 weiter. Also, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ist doch schon mal schön. Gut, wir haben hier neunmal Eisen. Und dort Eisen. Okay, schauen wir mal. Für... Was? Wurde mal. Okay, ich kann aus Eisenbarren nochmal weitere Eisenbarren machen. Aus einem Eisenerz wird ein Eisenbarren. Okay. Und aus einem Eisenbarren dürften wieder zwei Slaps werden. Hm. Okay. Und wir brauchen für einen Extractor drei Slaps. Das heißt, sobald wir aus einem Eisen mehr als drei... Äh... Äh... Besser ist. Deswegen... So. Gehen wir über direkten Massenproduktion. Während der hier arbeitet. Und wir uns mal ein bisschen... Obwohl, ich wollte mir gerade noch Holz holen. Aber ich sehe, die Folge muss ich auch mal wieder beenden. Deswegen tue ich das. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der ich tatsächlich... Oppala. Das Eisen abernten kann. Und... Ja. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Lebt wohl. Hintergrunds Kommentare. Und... Adios.